Oh, schön wie die Blätter fallen. Cool. Guten Morgen, heute ist Samstag, der 31. Oktober und ich bin müde. Ich bin gestern Abend noch sehr lange wach gewesen, weil ich nach dem Videoschneiden noch ein bisschen länger gebraucht habe, weil ich zwischendurch zu müde wurde. Weil ich nach dem Videoschneiden noch ein paar Videos geschaut habe. Meine Eltern müssten bald hier aufschlagen. Ich habe mich gerade richtig beeilt, den Vlog von gestern so weit fertig zu machen, dass es veröffentlicht wurde. Ich werde mich jetzt gleich umziehen und mit einem Cookie in den Wald gehen. Da ich dann wieder da bin, werden meine Eltern wahrscheinlich schon hier sein. Ich habe gerade aufgefallen, ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken vorhin. Oh, den Stress. Kann ja öfter noch spannend werden. Ich gehe in die Taste, wie wir vom Vortrag hochladen und veröffentlichen nicht. Also immer weg ist es wahrscheinlich nicht scharf. Nur mal so als Vorbereitung. Was nun? Oh, hast du gerade gequiekt? Wo ist der Stock? Wo ist der Stock? Oh, der hat gerade gequiekt. Oh, der muss ja weh getan haben. Wer weiß, wie wir falsch aufgetreten. Oder irgendwie an ihre verwundene Kralle da ran gekommen. Weiß ich nicht. Hier. Nimm mit. Oh, dieser Berg. Wo du letztens gestern und letztens gestern sogar mit den Worten begrüßt. Bei deiner Mama musst du ja gut geschmeckt haben. Ich habe ja zugenommen garantiert. Aber sowas ist ja auch nicht schön zu hören. Muss man tun. So, und jetzt fangen wir wieder an mit eigentlich. Eigentlich wollte ich heute früh nämlich um sechs aufstehen. Mit Cookie laufen gehen. Da habe ich Bewegung. Und Cookie Bewegung. Da ich ja wusste, dass es heute alles knapp wird. Meine Eltern kommen und so. Und ich Video veröffentlichen muss. Und, naja. Da war ich aber gestern bis um drei wach. Oder kurz nach drei sogar doch schon. Da habe ich gesagt, ne. Wenn ich um sechs aufstehe, das ist halt nur drei Stunden Schlaf. Das ist selbst für mich zu wenig. Also viel brauche ich schon mindestens. Also bin ich heute morgen um sieben Uhr aufgestanden. Ich brauche sehr wenig Schlaf. Gut, eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich mehr. Aber das stört mich an sich nicht, dass ich weniger Schlaf habe. Ich kriege dann zwar zweimal eine müde Phase, auf dem Abend dann trinken, Kaffee und dann ist es wieder gut. Naja, so viel dazu. Also das Sport heute morgen ist mir auch rausgefallen. Aber wie jetzt drei Stunden wäre dann wirklich zu wenig gewesen. Ich muss ja fit sein auf der Arbeit. Naja. Kommende Mittwoch und Donnerstag habe ich frei. Also muss ich noch drei Tage und dann was von heute arbeiten. Frei brauche ich auch wieder dann. Die ersten Tage nach dem Urlaub sind ja immer... Ich weiß nicht, ist komisch. Aber ich muss ja wirklich erst wieder dran gewöhnen. Mir liegt leider irgendwie gar nicht so richtig ein Thema gerade auf dem Zucker. Um mich aufzuringen, bin ich nicht im richtigen Modus. Dafür hast du gute Laune. Schön wie die Blätter fallen. Cool. Mit dem Snap des Tages, weil ich gestern Abend erzählt habe. Das ist mein Ernst. Also schickt mir Snapchats. Meinetwegen auch als Videos. Aber es muss zu sehen sein, dass es Snapchat-Videos sind. Also ein Hochkant bitte. Und sodass ich auch Platz habe, euren Snapcode da noch mit einzubinden. Das Beste wäre, wenn ihr euren Snapcode auch nochmal irgendwie abfotografiert und mir den gleich mitcheckt. Macht es mir einfacher, bevor ich den suchen muss. Also schickt mir den Snap und den Snapcode. Das wäre super. Ihr werdet keine tausend Follower neu bekommen, weil ich den Snapcode einbinde. Macht euch keine Illusion. So eine Stimme? Rauer als sonst? Hör mich verschlafen an, oder? Der Sonne entgegen. Die GoPro ist noch zu Hause. Die Akkus müssen elan werden. Ja. So. Schon auf der Arbeit. Es war stressig. Meine Eltern sind noch da. Die werkeln noch ein bisschen weiter. Wenn sie fertig sind, habe ich neue Regale an der Wand eingebunden. Hätte ich vorhin gar nicht zeigen können. War alles ein bisschen hektisch. Naja. Heute wieder 12 Uhr. Auf Scheiße. Aufschrauben. 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 Hey mein Scheißerchen, na? Na du? Alles gut? Alles gut? Ja, ja, ja. Richtig an den Fisch. Da haben sie sich wieder Räucherfische geholt, oder? Stimmt. Das kann sie nicht vergessen. Das ist gar nicht Fisch, was hier so riecht. Papa hat hier was in der Fuge geschmiert. Fadi hat was in der Fuge geschmiert. Feierabend. So, kommen wir nach Hause. Da war der hier. Da war ich ja noch da. Oben so einen Hängeboden angebaut. Da haben wir ja auch Taschen unterschmeißen, Rucksäcke und so, die ich nicht immer brauche. Und dann hat er hier Regale angebaut, so wie ich wollte. Hier. Drei Stück. Und hier nochmal zwei. Aber ich glaube, ich muss mit meinen Eltern nochmal ein ernstes Wort drehen. Wir sind so überstürzt abgereist, dass sie nicht nur ihre Zigaretten vergessen haben. Sondern hier, sieht man jetzt kaum, aber da ist, da drüben sieht man das besser, der Dreck vom Bohren. Nicht mal weggemacht. So geht's ja nicht. Gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch erzählen sollte. Von daher sage ich, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Das wird, glaube ich, ein sehr kurzer Teil heute mal sehen. Wer gerne her, merken erst beim Schneiden. Gut, tschüss. Man schlüpft in diese Gürtel rein. Man kommt so, das ist ein bisschen hoch mit dieser Hose, aber man kommt dann hier also um. Und hier, wenn man sie dichter, sind dann diese Hose.